Podcast bei Ahmad Abu Jibril, Thema Verlust eines Familienmitglied. Hallo und Assalamu alaikum und herzlich willkommen heute und ich freue mich heute auf meinen Gast, meinen Bruder Mohammed, der heute mit mir gemeinsam diesen Podcast durchführen wird. Assalamu alaikum, Mohammed. Wa alaikum, Assalamu alaikum. Wie geht's dir? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mir geht's auch gut. Und? Sonst so? Alles gut. Alles gut. Du bist heute mit einem sehr schönes Thema zu uns gekommen, interessant, und zwar Verlust eines Familienmitglieds. Bevor wir über dein Thema sprechen, bevor ich dir ein paar Fragen dazu stelle, würde ich mal gerne erstmal dich darum bitten, dich mal kurz vorzustellen. Also wie schon gehört, mein Name ist Mohammed, auch unter dem Namen bekannt Albani. Ich bin 25 Jahre alt, verheiratet, habe noch keine Kinder, mein Vater, Rahmahullah, kommt aus dem Kosovo und meine Mutter aus dem Palästina. Okay, und deswegen wird dir der Spitznamen Albani gegeben. Genau. Okay, Allahumma alaikum. Und das war so einer der wichtigsten und schönsten Momente, wo ich dich kennengelernt habe und dann wir festgestellt haben, dass wir irgendwo was Gemeinsames auch haben. Mohammed Barakallafiq, da ich dich ja auch persönlich, Alhamdulillah, seit Jahren auch kenne, kann ich mir gut vorstellen, warum du heute mit dieses Thema gekommen bist. Ich würde so ungefähr, ich würde so schätzen, welche Hintergründe, warum du jetzt gesagt hast, ich möchte über dieses Thema sprechen, mit dir reden. Du hast auch schon vorhin deine Fragen vorbereitet, aufgeschrieben, aber ich würde als erstes mal allgemein beginnen und dich fragen, warum hast du überhaupt dieses Thema ausgesucht? Für die Leute, die dich nicht kennen, du hast es jetzt gerade auch kurz erwähnt, mein Vater, Rahmahullah, das heißt, du kannst uns mal berichten, warum. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was könnte ich mit dem Schicht besprechen? Und da kam mir natürlich in erster Frage mein Beruf, Sozialarbeiter. Ich bin Sozialarbeiter, habe ich vergessen zu erwähnen, oder Erziehung, Pädagogik. Aber darüber wurde auch viel gesprochen, ist auch wichtig. Und da habe ich mir gedacht, es gibt ein Thema, worüber viele nicht sprechen. Und zwar die Erfahrung oder wie fühlt es sich an, dass man jemanden verloren hat, der einem sehr nahe stand und in diesem Fall mein Vater. Und ja, da wollte ich gerne über das Thema reden, gucken und erzählen, wie es mir ging, was hat mir in der Zeit geholfen und einfach meine Erfahrungen teilen. Okay, dann würde ich ja schon jetzt, wenn du es ja auch schon erwähnst, würde ich jetzt Schritt für Schritt mal dich da diesbezüglich fragen, wann ist denn dein Vater gestorben? Und wie ist dein Vater gestorben? Mein Vater ist im Jahr 2014 gestorben. Da war ich ungefähr 17 Jahre alt. Wie ist er gestorben? Also er war selber auch 38 Jahre alt, noch sehr jung. Mein Vater ist an Magenkrebs gestorben. Kurze Geschichte, wie es passiert ist und so. Er war erst mal zu Hause, hatte ganz normale Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, ein bisschen stärker. Und was man dazu erwähnen kann, er hat sehr, sehr, sehr starke Schmerztabletten genommen, da er ein paar Jahre davor einen Motorradunfall gehabt hat. Und deswegen musste er jeden Tag sehr starke Schmerztabletten nehmen. Und diese Schmerzen wurden irgendwann mal außergewöhnlich stark. Dann ist er zum Arzt gegangen, die haben ihn untersucht. Eigentlich war alles okay, hat er Blut abgenommen. Und irgendwann mal rief der Arzt an und hat gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus gehen. Ist er sofort ins Krankenhaus gegangen, weil durch die Blutwerte erkennt man auch, ob jemand Krebs hat oder nicht. Dann haben die vermutet, dass er Krebs hat, ist er da hingegangen, haben die ihm festgestellt, dass er Magenkrebs hat. In dieser Zeit hat man es erst mal mitbekommen, boah, der Vater hat Magenkrebs. Und davor stellt man sich immer als Jugendlicher die Frage, wie ist es denn, wenn jemand Krebs hat? Weil Krebs werden Krebs. Das ist eine Sache, die nicht so oft passiert. Und dann hat es einen selber getroffen. Subhanallah, er war im Krankenhaus. Wir waren zu Hause ganz normal. Natürlich ist es bedrückt einen. Man denkt, oh, mein Vater hat Krebs. Aber was denkt man natürlich? Hamla, er kommt nach Hause. Allah heilt ihn. Es wird alles gut. Es ist nur eine Krankheit. Man versucht sich so, alles so gut zu reden. Danach, ein paar Tage später, hat er angefangen mit der Chemotherapie. Und dann kamen die richtigen Probleme. Nachts hat er richtig so gezittert, Zitteranfälle bekommen. Er konnte vor Schmerzen nicht mal reden. Und er war ungefähr zwei Wochen im Krankenhaus. Er ist sogar nachts einmal aufgestanden. Der Krebs hat seine Wirbelsäule so zerfressen, dass er nachts aufgestanden ist und umgekippt ist, weil da seine Wirbelsäule gebrochen wurde, durch das Aufstehen, ist seine Wirbelsäule gebrochen. So zerfressen war schon die Wirbelsäule vom Krebs. Und also so fortgeschritten auch. Das war das Endstadium. Und er war ungefähr zwei Wochen im Krankenhaus. Und auf einmal, so zack, dein Vater ist tot. Das war so die Geschichte, die ganz kurze Geschichte. Okay. Wo jetzt ihr das erfahren habt, dass er krank ist, habe ich jetzt gerade rausgehört, als ob alles zu rasch passiert ist. Habt ihr als Kinder zu Hause die Info erstmal direkt bekommen von den Eltern? Das heißt, hat er euch das dann damals direkt gesagt, ich habe Krebs? Ja. Oder lag das daran, dass er oft jetzt in einem Krankenhaus war und dann habt ihr gefragt, was hat denn mein Vater? Weil, wie ich das gerade rausgehört habe, schien es mir so, dass kommen sie sofort mal ins Krankenhaus? Zwei Wochen im Krankenhaus. Das heißt, wie lange hat denn der Prozess gedauert von Chemotherapie, bis er, Ahmadullah, gestorben ist? Also, er ist zum Krankenhaus gegangen und meine Mutter ist direkt auch zu mir gekommen, hat mir erzählt, der Vater geht zum Krankenhaus und ihm geht es auch sehr schlecht, die vermuten Krebs. Ich habe es direkt erfahren. Wie gesagt, ich war da 17. Ich habe nur drei kleine Geschwister, muss man dazu erwähnen. Zwei kleine Schwestern und einen Bruder und immer im Alter von zwei Jahren Unterschied. Ich war 17, meine Schwester 15, 13 und mein Bruder 11. Und die haben es eigentlich alle auch direkt mitbekommen. Der Vater ist im Krankenhaus, was ist los? Und die Familie war auch direkt aufgewühlt und die wissen auch nicht, was kommt jetzt auf uns zu. Und er ist im Krankenhaus gewesen. Ich glaube, zwei, drei Tage später haben die direkt mit der Chemo angefangen, weil die wussten, das ist das komplette Endstadium. Und die Chemotherapie hat ihm am meisten auch, glaube ich, geschadet, Allah allem. Und das war dann einfach so rasch, er war im Krankenhaus, zwei Wochen später, was keiner erwartet. Man denkt sich so, okay, er ist im Krankenhaus, so ein halbes Jahr hat er noch zu leben. Man kann auch mit ihm so schöne Zeit verbringen, sich verabschieden. Oder es wird halt alles wieder gut. Und ich war immer in diesem Zwiespalt, okay, ein halbes Jahr wird er sterben, ein ein Jahr wird er sterben. Aber nach zwei Wochen auf einmal hat man einfach gehört, der Vater ist tot. Und wo du die Informationen bekommen hast. Erzähl uns mal, ich weiß, es ist jetzt keine schöne Geschichte, aber erzähl uns mal, bitte, wie hast du die Info erhalten? Wer hat es dir gesagt? Und wie hast du überhaupt in diesem Moment die Tatsache verarbeitet, mein Vater ist tot? Das ist schon ein schweres Thema, muss man sagen. Ich war zu Hause, das war ein ganz normaler Schultag, ich war da im Fachabi. Und da haben auch meine Großeltern bei mir geschlafen. Und meine ganze Familie war da Tag ein und aus, die haben da bei uns fast gelebt. Weil die wissen halt, dass das eine schwere Situation für uns ist. Meine Onkels, meine Tanten, meine Großeltern, arabisch und albanisch, waren auch sehr, sehr oft bei uns. Eins morgens bin ich dann aufgestanden, bin ich zum Wohnzimmer gegangen und ich sehe schon, dass die bedrückt sind und richtig traurig. Aber für mich war es ja normal, mein Vater hat Krebs, die sind traurig halt. Und mein Opa sitzt so, er guckt so auf den Boden, mein arabischer Opa. Er guckt so auf den Boden, voll verzweifelt. Und ich ahne ja nichts, weiß ja nicht. Meine Oma kommt zu mir, erzählt, wir haben viel, auf Arabisch, wir haben viel Duhafing gemacht, wir haben viel gebetet. Und wir haben auch alles gemacht, aber jetzt kannst du sagen, Ali Arhamu. Und dann so, boah, wie Ali Arhamu? Was willst du mir jetzt sagen? So, mein Vater ist tot und subhanallah, dann begreift man erst, boah, mein Vater ist tot. Er kommt nie wieder zurück und nie wieder nach Hause. Und die Situation war halt so, meine Oma ist zu mir gekommen, hat es mir erzählt. Und dann muss man es erst mal begreifen und da hat man erst mal angefangen zu weinen. Die ganze Familie hat angefangen zu weinen. Meine Geschwister sind da gerade mal am Aufstehen, weil es war dann eine Schulzeit. Es war so um 7 Uhr, 7.30 Uhr, erst um 2, 3 Uhr nachts gestorben. Alhamuallah. 2.30 Uhr, okay. Und das heißt, die erste Info, die du aufgenommen hast, die Familie hat es dir gesagt? Ja. Okay, und deine Geschwister auch? Haben das von der Familie an dem Tag erfahren? Ja. Und ich denke so, das habe ich auch damals mitbekommen, ich habe dich ein paar Monate später kennengelernt, nachdem dein Vater gestorben ist. Genau. Und ich habe bei dir die Sorge beobachtet, als älterer Bruder zu Hause. Du hast dich, das war für dich auch nicht einfach, weil mit 17 Jahren möchte man, dass der Vater, da gibt es viele Angelegenheiten, wo man sagt, der Vater klärt es, er bespricht das und so weiter und da bist du irgendwo, wie ich das von der Ferne immer beobachtet habe, du bist auch irgendwo in diese Vaterrolle eingestiegen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum du jetzt heute Sozialarbeiter bist. Erzähl uns, waren das überhaupt Gedanken, hattest du Angst um deine Geschwister? War das diese Gedanken, weil dein Vater gestorben ist? Weil du warst ja derjenige, der dann nach dem Tod von deinem Vater sozusagen versucht hat, jetzt deine Geschwister jetzt zusammenzubringen. Genau. Also natürlich, wo mein Vater gestorben ist, an diesem Morgen, hat man sich als erstes gedacht, als großer Bruder, wie verarbeiten das meine kleinen Geschwister? Das war meine größte Sorge am Anfang. Meine kleinen Geschwister, wie nehmen die das auf? Du musst dir ja vorstellen jetzt, meine kleinen Geschwister werden jetzt ohne Vater aufwachsen und du denkst dir, boah krass, wie soll man das hier noch rüberbringen? Wie soll man das wieder gut machen, was man auch nicht machen kann? Wie kann man denen noch ein schönes Leben geben? Und da hat man sich direkt als großer Bruder auch verantwortlich gefühlt, dass man die Geschwister irgendwie, dass man den kleinen Geschwistern da hilft, dass man als großer Bruder da ist. Und natürlich, dass man auch gezwungenermaßen irgendwie in die Vaterrolle geschlüpft, obwohl man nicht Vater ersetzen kann oder den Vater ersetzen kann. Und ja, da hat man sich jeden Tag Gedanken gemacht, wie kann ich meine Geschwister irgendwie zum Guten bringen? Wie kann ich die noch irgendwie erziehen? Die waren ja noch sehr klein. Mein kleinster Bruder war elf. Ja, das waren halt die Gedanken. Und das, was mir auch, was man dazu sagen kann, was mir am meisten immer noch wehtut, sind, dass ich gesehen habe, dass meine Geschwister ohne Vater aufwachsen. Das hat mir wehgetan. Und was man auch sehen kann, auch, dass man einfach sieht, dass meine Kinder werden den Opa nicht erleben, meine Geschwister erleben nicht mehr den Vater. Und das ist halt eine große Veränderung im Leben und damit muss man erstmal klarkommen. Ja, ich bin Allah, wo du es auch gerade sagst, sage ich mal, ja, nee, beruhigen kann ich dich nur mit der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er ist ohne Vater zur Welt, auf der Welt gekommen und in dem jüngeren Alter ist seine Mutter gestorben und danach sein Opa und dann später sein Onkel und dann seine Frau und jetzt kommt es und all seine Kinder sind gestorben, während er noch am Leben war, außer Fatima radiyallahu alaihi wa sallam. Und ich sage mal so, um das Thema jetzt, man will ja nicht den Tod vom Vater oder Mutter kleinreden, aber viel schmerzhafter ist es, wenn ein Vater oder eine Mutter ihr Kind verliert. Das ist ein Schmerz, der wird nie, den siehst du bei einer Mutter oder bei einem Vater bis zum Tod. Meine Frage auch hier, Mohammed, an dieser Stelle, was hat dir in dieser Zeit geholfen? Wie konntest du diesen Schmerz bearbeiten? Wie konnte die Familie das bearbeiten? Und, dazu sage ich direkt was, letztendlich ist eine Prüfung von Allah gewesen. Und Allah sallallahu alaihi wa sallam hat es schon niedergeschrieben, dass dein Vater mit 38 stirbt. Genau. Und, aber die Frage ist, wir sagen immer nach einer Prüfung oder eine Prüfung hat immer was Gutes. Deswegen meine Frage hier, so zwei Fragen. Was hat dir in dieser Zeit geholfen und heute jetzt nach, wie viele Jahren sind das jetzt? Acht Jahre. Okay, nach acht Jahren ungefähr. Was war das Gute an dieser Prüfung? Abgesehen, dass ich meinen Vater verlust habe, aber es ist eine Prüfung von Allah sallallahu alaihi wa sallam. Was sagt Muhammad heute nach acht Jahren, das war, Alhamdulillah, das Gute an dieser Prüfung? Ähm, was sage ich nach acht Jahren? Also, was ich dazu sagen kann, ist, dass, wie du es gesagt hast, jede Prüfung hat was Gutes und Allah ist der beste Planer. Und was mich auch aufgeheitert hat, also du hast ja auch gefragt, wie ich es am besten verarbeitet habe und was hat mir geholfen, ist, dass, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, dass, wenn jemand an einer Magenkrankheit stirbt, dann stirbt er als Schahid. Und ich habe das am selben Morgen gehört von einem Bruder, einem türkischen Bruder, er war bei uns, direkt da, bei Letgeben hat es erzählt. Und ich habe es gehört und dachte mir, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah hat es gut mit ihm gemeint. Und inshallah, Allah hat seine Rehe angenommen, da, mein Bruder, wo er ihn im Krankenhaus auch besucht hat, da war er elf, hat ihn besucht und mein Vater hat auch ganz viel Semsemwasser getrunken. Der hat da, glaube ich, 24 Stunden Semsemwasser nur getrunken. Und er hat immer Dua davor gemacht und mein Bruder ging da hin und hat ihn gefragt, Bobby, was sagst du denn da? Bobby heißt auf Albanisch Vater. Bobby, was sagst du denn immer, bevor du Semsemwasser trinkst? Er sagt, ich bitte Allah, dass er mir alle meine Sünden verzeiht. Jedes Mal, bevor ich Semsemwasser trinke. Und diese Sachen, Alhamdulillah, haben mir geholfen, diesen Tod zu verarbeiten, dass man sieht, Alhamdulillah, inshallah, hat Allah seine Rehe angenommen und er ist als guter Muslim gestorben. Und in dieser Zeit war ich auch am Anfang des Praktizierens. Ich bin zur Moschee gegangen, habe so Durus gehört, in der Moschee auch online, habe gebetet, Koran gehört, Koran gelesen und das war so eine Sache, die haben diesen Schmerz auch gedämpft. Es hat mir sehr geholfen, dass man betet, dass man, natürlich, als Jugendlicher wollte man nicht so eine Emotion zeigen, dass man so ein bisschen so, ich bin ja Jugendlicher, ich bin ein bisschen größer und so. Obwohl in dieser Zeit war ich so zerbrechlich, subhanallah. Und was habe ich auch gemacht? Ich habe gebetet, ich habe im Dua viel geweint, ich habe im Zuzuz viel geweint und das hat mir am meisten geholfen, dieses, dass man mit Allah redet, an erster Stelle im Gebet, das hat mir noch geholfen, dass man mit den Familienmitgliedern redet, die natürlich auch diesen riesen Schmerzen haben. Man kann nicht sagen, ich habe am meisten gelitten, ich bin der Sohn. Es gibt es noch die Eltern, es gibt es noch die Brüder, es gibt es noch die Schwestern, die sind mit ihnen aufgewachsen. Und dass man mit ihnen redet, wie er war, wie er gestorben ist, das hat uns, Alhamdulillah, alle auch den Kummer weggenommen. Auch immer noch, wenn ich mit meiner Familie über meinen Vater rede, wir reden immer noch darüber, wie er war, was er gut getan hat, was er einen guten Charakter hatte, wie lustig er war. Stehst du? Und das nimmt halt auch diesen Schmerz ein bisschen weg. Man sieht auch, ich bin ja nicht alleine, ich bin nicht alleine am Leiden. Und auch nach acht Jahren ist diese Wunde auch in Espanah sehr, sehr tief. Du hast noch eine zweite Frage, kannst du die bitte nochmal wiederholen? Du hast sie ja schon fast beantwortet. Es ging ja darum, diese Prüfung, sage ich mal, hat was Gutes. Hast du ja irgendwo auch mit beantwortet. Und wie konntest du diesen Schmerz verarbeiten? Und das waren schon... Ich kann nochmal eingehen, was hat die Prüfung Gutes gehabt? Ich habe gemerkt, subhanallah, in dieser Zeit hat auch meine albanische Familie angefangen zu praktizieren. Viele Durus gehört von bekannten albanischen Mashaich. Und davor hatte ich schon angefangen, meine Familie hat angefangen, dann in diesen Jahren zu praktizieren, am meisten meinen Großeltern. Und durch den Tod meines Vaters hat man gesehen, dass die anderen sich auch mehr mit der Religion beschäftigt haben. Und das hat halt auch viel Gutes, was ich gesehen habe. In diesen Jahren davor haben die nicht gebetet. Und jetzt haben die gebetet. Also jetzt beten die, jetzt hören die Durus. Jetzt kümmern die sich darum, was für eine Sünden die machen. Man merkt es auch, wenn ich mit denen rede. Und alhamdulillah, jede Prüfung hat ihr Gutes. Und ich habe mir auch gedacht, subhanallah, er schübt alhamdulillah mit 38 an Magenkrebs, hat Tauber gemacht. Was gibt es Besseres? Besser als mit 60, 70, 80 zu sterben. Und er hat auch meine Kinder erlebt. Und ich habe ihr mein ganzes Leben gehabt. Am Ende schübt er als Nicht-Muslim. Am Ende schübt er auch mit Alkohol. Alhamdulillah. Deswegen muss man immer Alhamdulillah sagen. Das berückt dich sozusagen. Natürlich. Alhamdulillah. Wenn ich so zwei Sachen kommentieren darf, was du gerade auch erwähnt hast, die finde ich auch sehr wichtig. Du meintest bei einem Punkt, ich wollte keine Emotionen zeigen. Ich wollte keine Emotionen zeigen, ist eine Geschichte, die zu der Zeit des Propheten alayhi wa sallam vorgefallen ist. Wo sein Sohn Ibrahim gestorben ist, wurde er zu ihm gebracht. Und das waren die letzten Minuten seines Lebens. Und der Prophet alayhi wa sallam hat ihn in den Händen getragen. Und er war ganz klein. Und man sagt nach den Überlieferungen, er war in dem Alter, wo er langsam gerade gelernt hat zu sprechen. Das ist wirklich ein Alter. Jeder, der Kinder hat, weiß, dieses Alter ist das schönste Alter, wenn man ein Kind hat. Weil so, wenn die kleine Säuglinge sind, die weinen und die müssen nur gefüttert werden. Aber in diesem Alter erkennen die Vater, erkennen die eine Mutter, die lächeln, die reden. Und in diesem Alter ist sein Sohn, subhanallah, gestorben. Und die anderen Kinder sind gestorben, wo die noch älter waren. Die zwei Töchter von ihm, die mit Othman radiallahu alayhi wa sallam verheiratet sind. In einem Alter, wo die schon verheiratet sind. Und bei Ibrahim, wo er ihm, sallallahu alayhi wa sallam, getragen hat in den Händen, hat er angefangen zu weinen. Und das ist der Punkt, Emotionen zeigen. Ich darf meine Emotionen zeigen. Ich bin ein Mensch. Manchmal hat man so einen Stolz in sich. Wie kann ich überhaupt weinen? Ich bin ein Mann. Aber der Prophet alayhi wa sallam hat geweint. Und dann hat Sayyidina Abdurrahman bin Auf gesagt, Was sehen wir? Und Abdurrahman bin Auf hat nicht gefragt, weil er denkt, der Prophet hat keine Emotionen. Aber er dachte, der Prophet weint. Aber du weißt doch, du bist der Prophet und du bringst uns Tawakkul und Yaqin. Und dann hat der Prophet alayhi wa sallam die wunderbaren Wörter gesagt. Er sagte, Die Tränen fließen vom Auge runter. Und das Herz trägt Trauer. Es wird traurig. Und auf den Verlust, oder dass ich dich verloren habe, O Ibrahim, bin ich traurig. Wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Deswegen finde ich so bei diesem Punkt, das ist auch so eine Botschaft an jeden, der, sage ich mal, seinen Vater, seine Mutter oder einen Geliebten verloren hat. Wenn du deine Emotionen zeigst, zeig deine Emotionen. Es ist nicht falsch. Hauptsache, das Herz ist was, ist mit der Entscheidung, Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Das finde ich so ein Punkt, den wollte ich noch kurz kommentieren. Und dann kam noch eine Sache und da wollte ich so noch mal kurz einhaken. Und so du hast gesagt, wir haben mit der Familie gesprochen. Wir haben mit der Familie geredet. Ich habe gemerkt, dass die auch da leiden, so wie ich leide. Subhanallah. Und jetzt beziehen wir das auch allgemein. Du merkst, wenn einer von einer Sache betroffen ist im Leben, er hat eine Krankheit oder er ist geprüft mit seinem Sohn und so. Und er findet eine Person, und er die gleiche Prüfung hat. Subhanallah, man teilt sich diesen Leid. Es gibt so auf Deutsch, ich kenne jetzt den Spruch nicht so wiedergeben, geteiltes Leid ist ein halbes Leid. Das heißt, wenn man es teilt, dann fällt es einem einfacher. Und Subhanallah, hier eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Und die ist mir Subhanallah auch eingefallen, nachdem meine Oma jetzt vor ein paar Wochen gestorben ist. Und zwar der Punkt, dass wenn jemand stirbt, wenn ich höre, jemand ist gestorben, dass man sich unbedingt, ob ich jetzt nahe zu dieser Person stehe, oder ich habe einen weiten Kontakt zu ihm, dass man unbedingt eilt und mit dieser Person redet, ihm sagt, möge Allah Subhanallah mit dem Totenbaum herzlich sein. Und das hilft enorm. Das hilft Allah. Egal wie stark du bist, aber so ein Satz, dass eine Person an dich denkt, dass du einen Anruf bekommst von einem Person, von einem Schulkameraden oder von einer Person, die du schon seit Jahren nicht mehr von ihm gehört hast. Und er sagt, ja, ich habe gehört, dass dein Vater, deine Mutter oder wie auch immer gestorben ist. Und ich wollte dir nur sagen, Allah Subhanallah soll eure Belohnung groß machen und euch für das, was ihr gerade leidet, belohnen. Das hilft einem. Und da denke ich Subhanallah an dem Hadith des Propheten, wo er sagt, auf der Schnelle, wo er spricht über die Pflichten gegenüber einem Muslim. Und da erwähnt er zwei Punkte, er erwähnt mehrere Punkte, aber zwei Punkte sind mir da gerade wichtig. Und zwar Punkt Nummer eins, er sagt, wenn er stirbt, dass du bei seiner Genase dabei bist. Und wir Subhanallah, ich rede jetzt von mir persönlich, man hört ja, die Mutter von Bruder Sohn ist gestorben. Ja, man unterschätzt es, warum man sagt, ja, ich habe Arbeit, ich habe zu tun. Aber deine Anwesenheit in diesem Moment ist sowas von wichtig. Er ist in einem Moment, er kann nicht reden. Er ist vielleicht in einem Moment, wo er sich bei dir nicht bedanken kann. Aber dass er dich sieht und dass er spürt, okay, mein Bruder ist da und der andere ist auch da und der ist auch da. Das Subhanallah, das erleichtert einen. Und dann sagt er auch, die zweite Pflicht ist, wenn er krank ist, dass man ihn besuchen geht. Bei mir haben diese zwei Punkte, muss ich ehrlich sagen, so erst Klick gemacht, nachdem ich das selbst jetzt vor kurzem erlebt habe, wo ich mal ein paar Wochen krank war, ich sage mal, ich brauche niemanden, der nach mir fragt. Ich bin so einfach, ich will nicht sagen, so ein härter Typ, aber ich brauche niemanden, der mir sagt, ja, das ist mir nicht wichtig. Aber man merkt, dass es einen gut danach geht, wenn ich einfach nur eine Nachricht von dir kriege oder von einem sagen, Assalamu alaikum, wie geht's? Ich habe gehört, du bist krank, Allah Subhanahu wa ta'ala soll dich heilen und wenn du was brauchst, ich bin da. Subhanallah, man fühlt sich einfach so wieder innerlich wieder wohl. Und wo meine Oma Subhanallah auch jetzt zwei Wochen gestorben ist, da haben, Assalamu alaikum, die Leute angerufen, geschrieben und dann hat man auch gemerkt, Alhamdulillah, wenn du solche Nachrichten hörst und siehst und liest, das versucht, das erleichtert dir die Situation. Deswegen vielleicht eine Botschaft heute an alle, die uns gerade zuhören, unterschätzt es nicht, wenn jemand krank ist oder stirbt, das heißt, ein Familienmitglied stirbt, dass er zu dieser Person nicht eilt, wirklich, musst du einschätzen jetzt, ob es ein Anruf ist oder ob es eine Nachricht ist oder persönlich und einfach dabei sein und anwesend sein, egal was vorgefallen ist. Genau. Egal was vorgefallen ist, auch wenn man sich vorher über ein Thema gestritten hat, man rät, wenn jemand stirbt, dann gibt es mehr keine, es gibt dann keine Feindschaft. Genau, dann gibt es keine Feindschaft. Es gibt ein Recht eines Muslim, geh dorthin, sag, und fertig ist. Und das, denke ich, ist sehr wichtig. Damit kann man sich immer als eine Society oder als eine Gesellschaft immer untereinander stärken und binden. Genau. Das war jetzt sozusagen von mir die Fragen, die ich dir da stellen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast. Ich kann noch ein, zwei Punkte sagen. Mir hat es auch persönlich sehr geholfen, dass ich mit meiner Freundin geredet habe. Wenn du weißt, also ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn du gehört hast, dass jemand gestorben ist und du weißt, er ist nicht im Schlechten gestorben, wenn du jetzt weißt, er ist im Alkohol trinken gestorben, geh nicht daran und frag, wie ist dein Vater gestorben. Das macht ihn kaputt. Aber wenn du jetzt weißt, er ist zum Beispiel als Muslim gestorben, der betet, er hat praktiziert, er hat die Moschee besucht. Geh der Hand und frag ihn, wie ist dein Vater gestorben? Sagst du, Alhamdulillah, Allah hat es gut mit ihm gemeint, er hat gebetet, Allah wird ihm inshallah vergeben. Und sowas baut einen sehr auf. Ich kann mich noch erinnern, vor der Trauerfeier waren noch ein paar Freunde von mir. Guck mal, so eine Situation, vergiss man nicht, subhanallah, die einen viel bedeuten. Dann war ich mit meinen Freunden vor dem Trauerfeiersaal und da haben wir über meinen Vater geredet. Und das hat mir so geholfen. Und ich habe einfach ein bisschen über ihn geredet, was er so gut gemacht hat. Er war ja in der Zeit, bevor er gestorben ist, war er Taxifahrer. Weil er auch nicht viel machen konnte wegen seinem Rücken, wegen dem Motorradunfall. Und da habe ich meinen Freunden erzählt, mein Vater hat kurz vor dem Tot bei seinem Chef noch angerufen. Und er meinte, verzeih mir, weil ich habe immer Ältere im Regen reingenommen und nach Hause gefahren, ohne Geld zu nehmen. Subhanallah. Und das habe ich meinen Freunden erzählt und wir haben alle angefangen zu weinen und so. Das hat einem geholfen, dass welche noch dabei sind, mit dir weinen und mit dir noch einfach schöne Worte sagen. Das hat einem sehr, sehr, sehr geholfen. Und was ich dazu noch sagen kann, wenn jemand bei dir jetzt gestorben ist, jetzt ich meine auch bei den Zuschauern, geh zu jemandem hin, wo du dich öffnen kannst, rede mit ihm. Oder wenn du weißt, von einem guten Freund von dir ist jemand gestorben, Vater, Mutter, Onkel, Tante, Oma, Opa, egal was, frag ihn, wie geht es dir, was kann man dir machen, was kann man mit dir machen. Gib ihm vielleicht ein kleines Geschenk, so eine Aufmerksamkeit, gib ihm schöne Worte. Man denkt sich so, ja komm, einmal Salamu alaikum und Allahi rahmah und so einfachen Worte, aber die haben so eine riesen Bedeutung, subhanallah. Und was mir noch einfällt, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat auch gesagt, wenn du, wie sagt man das, wenn du zu einem Waisenkind gehst und seine Haare streichelst und dabei das Wohlgefallen Allahs erhoffst, dann wird dir Allah alle guten, also wird dir Allah so viele gute Taten schreiben, wie du seine Haare erwischst, wie viele du deine Haare erwischst, wenn du seinen Kopf streichst. Und subhanallah, diese einfache Bewegung und diese einfache Gestik, dass du als älterer Mann, du weißt jetzt, er ist 15, sein Vater ist gestorben, er ist 17, sein Vater ist gestorben, du gehst zu ihm hin, gehst über seinen Kopf, salamu alaikum, wie geht es dir alles gut, ich bin für dich da, egal was du brauchst. Das sind so schöne Worte, die stärken einen und die geben einem dann untereinander so eine schöne Bindung und das hat auch subhanallah jemand auch öfters bei uns in der Moschee gemacht, so ein älterer Herr, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen, auf jeden Fall ist er ein schöner Mann. Das hat mir auch sehr geholfen, diese schönen Worte. Da du es auch so gesagt hast und das hilft einem enorm, habe ich ja auch vorhin kurz erwähnt, aber ich möchte subhanallah auf eine Sache aufmerksam machen und zwar eine Warnung und auch eine Erinnerung an Menschen, die den Tod von Familienangehörigen ausnutzen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Er ist mir gerade eingefallen, wo du darüber gesprochen hast, dass beispielsweise, ich weiß, dein Vater ist gestorben und ich habe irgendwas im Kopf, einen Film, okay, dann komme ich und bin einfach gut zu dir und da muss man einfach sagen, man soll Allah subhanahu alaikum fürchten. Was meinst du genau? Ich meine damit, dass man die Not der Menschen und deren Situation ausnutzt für bestimmte private Zwecke, sei es Dunia-Zwecke oder egal welche Zwecke man jetzt, es gibt leider eine, das hat man ja zum Beispiel in dem Erdbeben jetzt gesehen, der jetzt vor ein paar Wochen in der Türkei und so, da gab es Leute, die sind mit Absichten, ja wir wollen helfen und dann haben die geklaut. Das Ausnutzen der Menschen, wenn sie sich gerade in einer Not befinden, ist gefährlich. Das ist null menschlich und das ist null vernünftig und das ist erst recht bei einem Muslim eine sehr, sehr große Sache, dass ich meinen Bruder oder meine Schwester ausnutze, während gerade er so in einer Not ist. Und deswegen, subhanallah, fällt mir gerade die Geschichte ein, mit den drei Männern, die in der Höhle eingesperrt wurden. Was sagte der zweite Mann? Er sagte, ich hatte eine Cousine, die ich über alles geliebt habe. Okay? Ich wollte sie heiraten, sie wollte nicht. Eines Tages hatte sie eine finanzielle Not gehabt. So ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, ich gebe dir das, was du willst, das heißt, ich werde jetzt mit dir schlafen, dass du mir das Geld gibst. Das heißt, sie ist nur gekommen, weil sie eine Not hat. Hätte sie diese Not nicht gehabt, wäre sie nie bei ihm aufgetaucht. Und der Mensch sollte sowas nie ausnutzen. Subhanallah, was dieser Mann gemacht hat. Er sagt, bis sie vor mir saß und ich war so weit, dass ich jetzt den Sinne mit ihr begehe, er sagt, dann hat er an Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah gedacht. Das, was ich mache, ist falsch. Ich nutze diese Frau aus. Dann habe ich ihr gesagt, steh auf, nimm das Geld, obwohl sie weiterhin im Herzen, die geliebteste Person in meinem Herzen ist. Und das ist so ein Punkt. Nicht die Not der Menschen ausnutzen. Fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Da sprechen wir manchmal, ich sage so offen und ehrlich, das ist nicht mal menschlich. Das ist einfach nicht mal, ich bin mir leider nicht so zu sagen, nicht mal Tiere machen sowas. Okay, das ist wirklich die Norm hat und man hat leider so viele Sachen gehört, wie Menschen, andere Menschen ausnutzen, wenn einer gerade in einer Not ist, er sieht gerade nicht vor seiner. Er checkt viele Sachen nicht. Er ist gerade, er hat jemand verloren. Mutter, Vater, Frau, sie hat ihren Mann verloren. Dann kommen so die liebe Menschen um sie herum oder um den Kindern herum, wie auch immer, aber die haben irgendwelche Interessen. Entweder wollen die was von der Erbe oder entweder gibt es da ein Grundstück oder hier gibt es ein Auto oder sonst was. Deswegen sollte man Allah subhanahu wa ta'ala bei sowas fürchten. Da hast du mich ja nicht irgendwo daran mitbezogen. Subhanallah ist wichtig, auf jeden Fall. Und Alhamdulillah, danke ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah mir so eine schöne Familie gegeben hat. Allah muberik, mashallah. Es gibt viele Familien, die hätten das ausgenutzt. Und Subhanallah, was kann ich dazu sagen? Mein Onkel hat mir auch mal eine Geschichte erzählt, dass ein Vater ist gestorben, in Kosovo war das, und da kamen gleich die Brüder und haben dann die Kinder bestohlen, deren Erbe, die haben die Kinder so auseinandergenommen. Arme, kleine Waisenkinder, die haben keine Form und die haben nichts und dann nimmst du die auseinander. Dann habe ich mir gedacht, Alhamdulillah, habe ich eine gute Familie, die nicht halt irgendwie diesen Kummer und diese Trauer ausnutzt und dass die einfach mit mir dabei waren, dass sie mir geholfen haben, dass sie mit mir gelitten haben. Alhamdulillah, da war ich Allah sehr dankbar. Alhamdulillah. Ich kann es auch als Fernbetrachter bestätigen, sei es jetzt deine albanische Seite oder deine arabische Seite, Allah muberik, die haben sehr viel unterstützt, da wo sie unterstützen können. Ich denke, die Unterstützung, die man auch in so einer Situation braucht, ist mehr die emotionale Unterstützung. Man braucht jetzt, man braucht kein Geld, Alhamdulillah, man hat hier alles. Aber was man bräuchte, ist wirklich diese emotionale Unterstützung. Alhamdulillah, man hat jetzt diese emotionale Unterstützung. Ich verrate eine Sache, die mir gefallen hat. Ich weiß nicht, ob du jetzt, vielleicht willst du darüber nicht sprechen, aber ich finde es gut als eine Motivation, als eine Lehre. Vor zwei Wochen oder ein paar Tagen ist das, nicht mal zwei Wochen, habe ich irgendwie auf, habe ich eine Nachricht bekommen, entweder habe ich das auf deinen Status gesehen oder ich denke auf deinen Status. Da hast du gepostet, dass ihr, die Familie, eine Moschee, sage ich mal, erbaut habt in Afrika, die den Namen eures Vaters trägt. Ich fand das, subhanallah, eine sehr, 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 sehr schöne Idee. Ich weiß auch, dass der Gedanke bei dir schon seit Längerem da war. Und auch der Plan mit der Moschee, der ist jetzt nicht seit einem Jahr, sondern der ist schon seit viele Jahren und Allah Allah, wie lange ihr jetzt dafür Spenden gesammelt habt, ist auch nicht unser Thema. Mein Thema ist nur, warum seid ihr auf dieses Thema gekommen? Weißt du das mit der Moschee? Ja, warum seid ihr auf der Idee gekommen? Erstmal. Genau, warum seid ihr auf der Idee gekommen? Wir bauen jetzt für unseren Vater eine Moschee, die seinen Namen trägt. Warum? Als erstes, das war ich nicht allein mit meiner Familie. Da sind auch Freunde, Verwandte, Bekannte und auch Fremde, die gespendet haben. Ich sage, Allah khair an dieser Stelle. Allah möge Allah belohnen. Und jeder hat seinen Lohn bei Allah. Allah ist großzügig. Er gibt. Und warum eine Moschee? Man könnte für alles spenden. Und warum eine Moschee? Weil es ein Haus Allahs ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat auch gesagt, derjenige, der ein Haus Allahs in der Dunja baut, Allah wird ihnen ein Haus im Paradies bauen. Und da kommen Leute zum Gebet, da kommen Leute, machen Koran-Unterricht, da kommen Leute, machen Dua. Und alles, inshallah, bekommt ein Teil, mein Vater bekommt auch seine Belohnung. Und das war halt unsere Absicht, dass mein Vater eine Sadaqa Jariah hat, bis inshallah, bis die Moschee kaputt geht oder Yom Kiyama ist, dass er die ganze Zeit, jeden Tag die Hassanat bekommt. Hassanat, Hassanat, Hassanat. Das war einfach unsere Bescheidung. Und das ist auch ein schöner Punkt, Janine, warum habe ich diese Frage absichtlich gestellt? Weil ich möchte hier an dieser Stelle an jeden Vater und an jede Mutter eine Botschaft lassen. Ich möchte denen sagen, Erziehung, erziehe deine Kinder, ist unsere Pflicht, unsere Kinder zu erziehen. Ja. Und besorg denen das, was sie brauchen und was sie wollen und, und, und. Aber achte unbedingt drauf, dass du rechtschaffende Kinder erziehst. Weil rechtschaffende Kinder werden euch nach dem Tod helfen. Und die können eure Hassanat-Konto steigern. Der Prophet, a.s.w. sagt, wenn der Diener Allahs stört, all seine Taten, also sein Tatenbuch, Amal, wird geschlossen. Außer von drei Sachen. Nummer eins, das, was du erwähnt hast. Sadaqatun Jariah, eine fortlaufende Spende. Eine fortlaufende Spende ist, bauen eine Masjid, Brunnen, das ist eine Spende, die immer wieder, subhanallah, weiterläuft. Schau dir, Sayyidina Uthman bin Affan, er hat bis heute noch Aktien, die unter seinem Namen laufen, was er damals gespendet hat. Bis heute gibt es in Medina ein Konto mit dem Namen von Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Gehst du nach Medina, Munawara, und fragst jeden, der da wohnt, er sagt, ja, das ist noch, das wurde, ist der Meier geworden, und mehr geworden. Jetzt gibt es Aktien und es gibt, Konto unter dem Namen von Sayyidina Uthman bin Affan für das, was er damals als eine fortlaufende Spende gemacht hat. Das heißt, Sadaqat Jariah, Ilmuni untafa'u bihi, das heißt, Wissen, ein nützliches Wissen, und Nummer drei, Waladun salihun yad'ula, Reschhafna Sohn oder eine reschhafne Tochter, die für ihn Dua macht. Streiten sich immer die Leute, was mache ich für meinen verstorbenen Vater, Mutter und so weiter. Du hast einen klaren Hadith von dem Propheten, alaihi sallallahu alaihi sallam. Entweder machst du eine fortlaufende Spende oder wenn du auf dem Weg des Wissens bist, du musst ja nicht nur das religiöse Wissen kann, aber du hast etwas für die Menschheit, aber du hast eine Medizin, irgendwie was erfunden, was die Menschheit geholfen ist, ein Wissen, wovon die Menschen profitieren. Und Nummer drei, und zwar, dass du für deinen Vater schon Dua machst. Ich kann mich an einen Bruder subhanallah erinnern, er sagte zu mir, er sagte zu mir, ich mache bei jedem Zujud Dua und sage, oh Allah, leite meine Kinder recht, sodass sie für mich nach meinem Tod Dua machen. Er macht so einen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und ja, leite meine Kinder recht, nicht wegen mir, leite meine Kinder recht, weil ich möchte, dass sie für mich nach dem Tod Dua machen. Und ich denke, du hast ja auch anhand deiner Fragen damals so, du warst sehr besorgt danach, nur was ist das Beste für meinen Vater, was kann man machen, was kann man tun. Habibi. So, wir langsam anfangen, ich habe hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Ja, ich habe immer Angst von den Fragen, die meine Gäste vorbeibringen. Mal schauen, was da Fragen du. Mal schauen. Viele verschiedene Fragen. Viele verschiedene Fragen. Nein. Die erste Frage ist, und deine Oma ist ja gestorben, Allahi Arhamma. Ja. Wie war es für dich? Und du hast ja erzählt, halt, was dir geholfen hat, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen tief eingehen. Was hast du da gefühlt, wo du diese Nachricht gelesen hast? Wir waren ja auch im Deadest, wo du diese Nachricht gelesen hast. Ja, genau, das stimmt. Ich habe die Nachricht erhalten, da waren wir beim Theologie-Studium, und ich mag es nicht, dass jemand mir Audio-Nachrichten schickt. Ja. Ich kann, ich mag die, deswegen steht bei mir auf dem Status, immer bitte keine Audio-Nachrichten mehr schicken. Ich höre die auch nicht. Aber mein lieber Bruder sagt, ich bin dein Bruder, und ich habe Anrecht darauf, dass du meine Audio-Nachricht hörst. Er hat mir eine Nachricht, er hat in der Gruppe eine Nachricht geschrieben. Er hat geschrieben, Oma, geht's nicht gut. Und dann hat die Vorlesung begonnen. Und ich ahnte was, subhanallah. Nachdem er noch mal was geschrieben hat, dann kam da drunter der Kommentar, Rahmatullahi alayha. Wo ich Rahmatullahi alayha gelesen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es. Dann habe ich gesagt, okay, ich muss mal gucken, ich habe da reingehört. Er sagte, Oma ist gestorben. Und Oma ist gestorben, meine Oma ist jetzt auch so persönlich für mich, sie hat mir gesagt, ich war bei meiner Oma zwei bis dreimal, weil ich bin ja hier geboren, aber meine Eltern hatten immer wiederkehrend den Gedanken, dass ich im Libanon aufwachse. Und ich war dreimal, das heißt einmal mit drei Jahren wahrscheinlich, nee, mit fünf Jahren einmal, und einmal mit neun oder acht Jahren, war ich bei meiner Oma und Opa, nur habe bei denen gelebt, meine Eltern waren in Deutschland, und sie hat sich um mich gekümmert. Ich kann mich an sie sehr gut erinnern. Und sie hat mir immer gesagt, nenn mich nicht Oma, sondern nenn mich Mama. Okay? Das heißt, ich hatte diese enge Beziehung, subhanallah, zu ihr gehabt, obwohl sie mit dem Alter von 86 gestorben ist. Sie ist alt geworden. Aber wenn man subhanallah über den Tod eine Person hört, weißt du was, wenn man das erste erst mal, man stellt erst mal fest, wie schwach man ist. Der erste Gedanke ist, wie schwach wir sind und wie betrügerisch diese Dunja ist. Weil dann geht in deinem Kopf so ein Film, so direkt einfach nach hinten, diese Person, die mit mir rausgegangen ist, die mich umarmt hat, die mir Taschengeld gegeben hat, die mit mir aufgestanden ist für die Schule und dann siehst du einfach den Film vor deinen Augen, wie einfach plötzlich dann, bumm, sie ist gestorben. Und subhanallah, was das Thema nochmal, so sag ich mal, bestärkt hat, war, wo sie beerdigt wurde, hat man gesagt, es gab keine Plätze im Friedhof und so weiter. Deswegen haben sie den Grab von meinem Opa aufgemacht. Und ich konnte den Tod von meinem Opa erleben. Ich habe den Tod von meinem Opa wirklich selbst erlebt. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich gesehen habe, wie eine Person stirbt. Und das ist wirklich auch eine Sache für sich. Und dann hat man gesagt, ja, es waren nur noch ein paar Knochen. Die hat man zur Seite gelegt. Subhanallah. Und dann hat man die Leiche von meiner Oma hingelegt und dann wurde sie beerdigt. Und ich habe, subhanallah, in dem Alter von elf oder zwölf, ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich da gesagt immer, so in mir, wenn mein Opa und meine Oma sterben, dann ist es vorbei. Was ist vorbei für mich so von wegen, weil das sind die Ältesten gewesen in der Familie. Und wenn die sterben, dann habe ich immer so in der Geschichte, dann ist die Akhira, dann ist die Umwel-Qiyama bald weit. Dann sind das, weil man vermittelt, man hört der und der ist, aber das Verlegen von einer eigenen Familie ist immer komplett immer anders. Und subhanallah, diesen Satz habe ich mit elf und zwölf gesagt, gerne in mir, ich habe es niemandem erzählt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat mich an diesen Satz erinnert, nachdem meine Oma gestorben ist. Ich habe, als ob es gestern war, wenn deine Oma und deine Oma sterben, hast du gesagt, das Leben ist dann vorbei. Ich habe innerlich gesagt, dann muss ich auf jeden Fall reue und dann muss ich auf dem Weg sein und dann und dann, aber jetzt kann ich noch spielen, habe ich damals mir gesagt. Und subhanahu wa ta'ala, jetzt, heute ist deine Oma und ist dein Opa gestorben, was machst du? Deswegen, wie du es auch irgendwo selbst formuliert hast, es ist schmerzhaft irgendwo, obwohl sie so, ich habe sie jetzt leider auch seit Jahren nicht mehr gesehen. Das Schöne, ich habe sie gesehen, ich habe mit ihr telefoniert, einen Tag bevor sie gestorben ist. Das heißt, Donnerstagabend ist sie gestorben, das heißt, es war Freitag, jetzt nach Marien gebetet. Und einen Tag davor, einen Tag davor, haben wir telefoniert. Und wo sie mit mir telefoniert hat, wie geht es dir? Und so weiter und so fort. So ein kleines Gespräch, aber ich war in meinem Leben, ich war mit meinem Gedanken, mit meinen Sorgen, ich habe nicht mal gedacht, dass sie stirbt. Aber meine Mutter, Subhanallah, hat mir beschrieben, wie sie gestorben ist. Sie meinte zu mir, plötzlich hat sie meine Mutter gerufen und meine Tante und sagte, meine Seele kommt raus. Allah. Wallahi. Sie meinte, und ihre Augen haben sich geöffnet, so richtig geöffnet und sagt, meine Seele kommt raus. Meine Seele kommt raus. Und meine Mutter und meine Tante dachten, eine alte Frau, die erzählt gerade nur was. Die haben sich so ernst genommen. Dann sagte sie, meine Seele kommt raus, meine Seele kommt raus. Subhanallah, der Mensch spürt das, wenn er stirbt. Sagt, meine Seele kommt raus. Und dann sagt mir meine Mutter, ich bin dann ins Zimmer gegangen, sie hatte irgendwie mit Schwestern irgendwelchen, so ein Online-Treffen und so weiter und meine Tante hat was gemacht und sie lag schon auf dem Bett. 10, 15 Minuten später kommen die rein, sehen die, sie ist einfach tot. Und so schnell kann das Leben Subhanallah ein. So schnell geht das. Oma und Opas, Panda sind so wie die Eltern. Und darf das nicht unterschätzen, das Panda. Deswegen ist es, in der Religion darfst du nicht Sadaqa, Sakatmal, deinen Opa und deinen Oma geben, weil du bist dafür verpflichtet, fethelischerseits. Das ist deine Pflicht. Und bei Erbe könnten die auch noch erben. Lass uns mal auf die nächsten Fragen gehen. Bitte. Inwiefern hat dich die inwiefern hat sich die islamische Community oder auch die Familie in schweren Zeiten unterstützt? Wie konnten die dich unterstützen? Ich habe das ja bereits schon, wo du gesprochen hast, schon erwähnt. Ich fand das, Alhamdulillah, wirklich sehr schön und erleichternd, wenn man solche Nachrichten hört. Es haben Leute angerufen, es haben sich Leute bei mir gemeldet, wo ich das von denen gar nicht erwartet habe. Und man fühlt sich dann dadurch wirklich erleichtert. Man fühlt sich wirklich dadurch erleichtert. Auch in der Corona-Zeit haben mir auch ein paar Brüder geschrieben. Ich bin ja ein Bruder, wenn irgendwas ist, ich kann die gerne holen, ich wäre ja Corona-krank. Ich kann gerne für dich einkaufen und dann denkt man so, oh, du bist ein schöner Bruder, du bist ein schöner Mensch. Und was habe ich auch gemacht? Das prägt dich. Ich habe auch andere Brüder geschrieben, die Corona-krank sind. Egal was ist, ich wäre auch für die gerne gegangen. Natürlich, mein Bruder braucht gerade Hilfe, der ist gerade zu Hause, der ist krank. Und das sind so einfache Taten, die können einfach die Bindung zwischen den Muslimen wieder stärken. Und ich denke, sowas bräuchten wir. Da wir gerade in einer Zeit leben, wo alles materiell geworden ist, das heißt, ich habe Kontakt mit dir, wenn ich einen Nutzen von dir habe und du mit mir auch. Das sollte nicht so sein. Wir vermissen die Zeit, wo ich mit dir Kontakt habe, weil ich dich liebe. Du hast mit mir Kontakt, weil wir uns, ich frage nach dir, weil ich dich wirklich liebe. Genau. Nicht, weil ich von dir was will. Ja. Und da sollte man ansetzen, wenn man seine Freunde aussucht und mit wem man aufwächst. Ja. Was hat man aufwacht? Das kann man nicht bestimmen. Das ist ja leider nicht. Wem man um sich herum haben möchte. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe noch eine Frage, aber die haben wir schon beantwortet. Was kann man für den Toten tun? Lass uns direkt die Frage überspringen, außer du willst noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Nee, ich habe die ja schon bereits beantwortet. Ich habe noch eine Frage. Wenn jemand gestorben ist, kann man irgendwie herausfinden in der Dunie, ob es denen gut geht oder schlecht? Ja. Das ist eine Frage, die weder ich noch du noch der größte Gelehrte dir beantworten kann. Warum? Weil nach dem Tod befinden wir uns in einer Phase namens Al-Raibe, das Verborgene. Ja. Und das ist ein Leben, wovon wir oder worauf wir keinen Überblick oder Einblick haben. Ne? Aber das, was wir kennen, ist das, was uns von dem Prophet a.s. überliefert wurde. Salah a.s. Und wenn wir noch Zeit haben, würde ich da auf diesen zwei Sachen eingehen. Einmal eine Geschichte von Sayyidina Uthman bin Mav'un. Sayyidina Uthman bin Mav'un ist einer der ersten, der in dem Baqiyah beerdigt wurde. Nach seinem Tod hat der Prophet a.s. hat sich der Prophet hingestellt und hat ihn beerdigt. Da hat einer, und das anzumerken ist, der Prophet weint s.a.w. und die Träne des Propheten a.s. ist auf dem Gesicht von Sayyidina Uthman bin Mav'un getroffen. Da hat eine Frau gesagt, Rahmatullahi alayka abas saib. Allah subhanahu wa ta'ala soll mit dir barmherzig sein, abas saib. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich zufriedenstellen. Da hat der Prophet a.s. zu ihr geguckt. Er sagte, وَمَا أَدْرَاكِ يَعُمَّ الْعَلَا Woher weißt du das? يَعُمَّ الْعَلَا يَعُمَّ الْعَلَا Er sagte, وَأَنَا رَسُولُ اللَّه und ich bin der Gesandte Allah und ich weiß nicht, was morgen mit mir passieren wird. Deswegen können wir über nach dem Tod, was uns danach erwartet, was mit uns passieren wird, das ist eine Angelegenheit des Reibs. Womit wir uns eher beschäftigen sollten, ist schon, wie wir uns darauf vorbereiten. Genauso wie dieser Wüstenarabe, der zu dem Prophet a.s. kam. Er sagte, يَعَمَدْ مَتَسْعَ Die Wüstenarabe waren bekannt mit ihren Fragen, die aus dem Nichts kommen. Und die Sahab haben sich mal darüber gefreut, weil die durften Fragen stellen, worüber wir uns nicht getraut haben. Er sagte, يَعَمَتَسْعَ Wann ist die Stunde? Dann hat der Prophet a.s. was hast du dafür vorbereitet? Der andere Hadith, der uns ein bisschen an den Tod erinnert und uns nochmal sagt, was erwartet uns nach dem Tod? Das ist ein ganz längerer Hadith von Al-Bara ibn Azib bekannt. Genau. Aber ich möchte so einige Ausschnitte aus diesem Hadith hier wiedergeben. Und zwar, der Prophet a.s. war mit dem Sahaba vor einem Grab und stand vor einem Grab und dann hat er den Sahaba berichtet, wie es einem geht nach dem Tod. Er sagte, wenn der Diener Allahs in Eile ist auf der Akhirah, das heißt, er eilt in der Richtung Akhirah und sich von der Dunja enthält, wenn die Stunde kommt, wo seine Seele aus dem Körper rauskommt, dann kommen Engel runter. Engel runter. Und die setzen sich vor ihm hin und dann kommt seine Seele aus seinem Körper raus und sie kommt so raus, wie das Wasser aus dem Schuh, aus einer Flasche oder aus einem, nicht eine Flasche, sondern, kennst du diesen Ibrí? El-Siqayah, womit man... Kanne. Kanne, genau. Das heißt, seine Seele kommt aus seinem Körper raus, wie Wasser aus einer Kanne. Danach wird seine Seele getragen, sagt der Prophet alaihi wa sallam. Und man geht mit seiner Seele zu der ersten Himmel. Und dann wird gefragt, wer ist das? Dann sagen sie, das ist die Seele von so und so, der Sohn von so und so. Subhanahu alaihi wa sallam. Der Name von dem Vater wird erwähnt. Der Sohn von so und so. Tamam? Dann sagen die, dann erlassen die, dann lassen die einfach durch die erste Himmel durch. Okay? Und dann die zweite und dritte und vierte und fünfte bis zu siebten Himmel. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, schreibt meine Seele oder die Seele meines Ab, meines Diener in El-Yin, in der obersten Stufe. Führt die Seele wieder zurück. Dann kommt die Seele wieder zurück in den Körper. Und dann kommen zwei Engel und fragen die, wer ist dein Herr? Er sagt, Allah ist mein Herr. Wer ist dein Prophet? Mohammed alaihi wa sallam. Was ist deine Religion? Al-Islam. Was ist dein Buch? Al-Quran. Das sind die vier Fragen, die wir alle kennen. Das sind die vier Fragen, worüber jeder von uns unter den Grab gefragt wird. Und diese vier Fragen, das ist unsere Prüfung. Wir wissen schon, wir kennen schon die Fragen über unsere Prüfung. Wir wissen jetzt schon, wenn du unter den Grab bist, gibt es diese vier Fragen. Okay, was soll ich machen? Auswendig lernen? Hilft nicht. Du musst dafür gelebt haben. Danach sagt der Prophet alaihi wa sallam, dann kommt ein hübscher Mann, ein schön aussehender Mann. Dann sagt der Mann, er sagt, wer bist du? Dein Gesicht ist so schön. Du bringst eine frohe Botschaft mit dir. Er sagt, ich bin deine gute Taten. Subhanallah, wie schön das ist. Er sagt ihm, ich bin deine gute Taten, das heißt, deine Gebete und deine Sadaqa und wie schön ist es, wie fühlt sich das an, wenn man unter der Erde ist und plötzlich kommt so ein schön aussehender Mann und er sagt, ich bin deine gute Taten. Und dann sagt der Prophet alaihi wa sallam, dann öffnet sich ein kleines Fenster ins Paradies und dann sieht der Diener Allahs seinen Platz im Paradies. Was sagt der Prophet alaihi wa sallam? Er sagt, dann beginnt er zu sagen, oh Allah, lass die Stunde eintreffen. Oh Allah, lass die Stunde eintreffen. Und du musst dir das vorstellen, seine Familie oben, die trauern, seine Kinder oben, sie weinen. Es gibt Schwierigkeiten, für ihn ist es komplett egal, weil er hat einmal nur durch ein kleines Fenster seinen Platz im Paradies gesehen und sagt, ja Rabb, akim issa, subhanallah, dadurch wird uns klar, diese Dunia ist vergänglich. Wallahi, es lohnt sich nicht, dass man den Zorn Allahs auf sich trägt und zieht wegen ein paar Euros und wegen einer Sünde hier und einer Sünde da. Das kann jeden von uns treffen. Es gibt ein Gedicht auf Arabisch. Kann ich dir mal erzählen, ja Mascheich? Es gibt ein Gedicht auf Arabisch, er sagt, Allah salli a sayyda Muhammad bezüglich Tod und sinngemäß übersetzt so ungefähr für denjenigen, der für seine Dunia gearbeitet hat. Heute, wenn wir uns fragen, ja Arbeit, 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 ich bin beschäftigt, ich bin beschäftigt, Arbeit, Arbeit. Er dachte, er hat gehofft oder er hofft, er wird ewig und lange bleiben. Der Tod kommt plötzlich und der Grab ist, das Sonduk bedeutet so eine Sammelbox und die Taten. Deswegen die Botschaft, denke ich mal, oder die Erinnerung an uns alle, wir dürfen den Tod nicht vergessen. Wir dürfen wirklich den Tod nicht vergessen. Wir wollen das Thema nicht depressiv ausstrahlen. Nur Allah tut, jetzt fängt an einfach rumzuhallen. der Prophet sagt schon mal, wie schön das ist, wer Allah subhanahu wa ta'ala Begegnung liebt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt seine Begegnung. Das heißt nicht, dass ich sage, okay, ich freue mich jetzt auf den Tod, aber die Sache ist, wenn ich gut, mit guten Taten unterwegs bin, bestimmt bin ich traurig, wenn ich diese Dunja verlasse. Ich freue mich, wie ich das jetzt in den letzten Wochen hier gesagt habe, 2023, ich habe ja zu Weihnachten, Anfang zu Silvester, eine Khutba gemacht. Ich habe gesagt, heute möchte ich, heute möchte ich gratulieren. Die Leute bei deinem Juma haben geguckt, wer will gratulieren jetzt? Ich wollte den Leuten gratulieren, die das Jahr 2022 abgeschlossen haben und die haben das Fajr-Gebet, das Fajr-Gebet, weil es ist einer der wichtigsten Gebete, alle fünf Gebete, aber einer der wichtigsten Gebete, das Fajr-Gebet in der Moschee verrichtet. Wenn einer, wenn ich zu Ende 2020 sage, Alhamdulillah, mein Fajr-Gebet war komplett überwiegend in der Masjid. Ich habe all meine Gebete, Alhamdulillah, eingehalten. Ich habe mich an meine Religion gehalten. Ich war vernünftig. Wenn ich über das Thema Tod höre, habe ich nicht so eine große Angst und Furcht, wie wenn ich weiß, das Gebet vernachlässige ich. Und, 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 und. Deswegen, Subhanallah, Tod ist eine wichtige Erinnerung für uns alle und den Tod sollten wir nie vergessen. Deswegen empfehle ich das so in regelmäßigen Abständen, dass man zu den Friedhöfen hingeht und mal schaut, Subhanallah. Du siehst jetzt, wenn du jetzt Kolumbien dann beispielsweise hingehst, um dich herum laute Stimmen und jeder Autos und, 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 und. Aber da drinnen, wie ist das? Ruhig. Ruhig. Was haben die mitgenommen? Was haben die mitgenommen? Wenn man die befragen könnte und nehmen wir mal Allah, Dein Vater, mein Opa, meine Oma. Wenn die zu einer Sekunde zu dieser Duni wieder zurückkehren werden und sagen, so, was wird jetzt für eine Sekunde oder für eine Minute machen? Was werden die allesamt antworten? Die werden nur sagen, deine Kinder, die werden alle sagen, Allah Subhanahu wa ta'ala aufrichtig dienen, eine Sadaqah zu machen, ein Gebet zu machen. Jetzt sage ich, ich sage es jetzt an uns, wir haben noch die Möglichkeit, das zu machen. Tu das doch. Mach das doch. Du hast jetzt die Möglichkeit, das zu tun, dann mach das doch, bevor die Zeit zu spät wird. Subhanallah. Was mir noch eingefallen ist, in der Zeit, wo mein Vater verstorben ist, hat mein Opa immer ganz oft zwei Verse gesagt. Insurad Rahman. Kullu mena alaiha fan. Wa ya beqa wa juhu rabbika dhul jalali wal ikram. Das war ein schöner Vers, ya Allah. Alles auf ihr wird vergehen und bleiben wird nur das Angesicht seines Herrn dem Besitzer der Ehre. Alles wird vergehen auf der Dunja. Wir werden alle irgendwann mal sterben. Nur Allah wird irgendwann mal alleine lebendig sein. Subhanallah. Und diese Ayat hat man erst begriffen, wenn es selber einen trifft, wenn man sieht, alles wird vergehen. Der Vater wird sterben. Du wirst sterben. Jeder wird sterben. Zu jedem wird irgendwann mal der Titel sein, Ali Arhamu. Subhanallah. Es gibt dazu ein Hadith, aber den soll ich dir gleich erzählen. Dann noch dazu, weil du meintest, jeder hat Angst vor dem Tod. Subhanallah. Wenn man wirklich weiß, dass man viele Taten gemacht hat und ein gutes Leben hatte für Allah, das erleichtert einen die Situation, dass man weiß, okay, ich werde irgendwann mal sterben. Aber du hast Angst vor dem Tod und du weißt nicht, was passiert. Warum? Guck deine Situation an. Subhanallah. Wenn du weißt, die Gebete wackeln, obwohl der Prophet gesagt hat, am Tag der Verstehung ist das Gebet und wenn das gut ist, ist alles gut und wenn das schlecht ist, ist alles schlecht. Diese eine Sache, die musst du im Leben schaffen, dann hast du es geschafft. Es ist nur eine Sache, fünf Gebete. So einfach hat uns Allah es gemacht. Fünf Gebete. Du hast Jannah, inshallah. Und ja, das wollte ich noch dazu noch erwähnen. Ja, schön. Auch mit dem Gebet, ich denke immer wieder an der Geschichte des Propheten wo er gestorben ist. Was sagen die Sahaba radiyallahu anhu nachdem er sehr krank geworden ist und er hatte sallallahu alaihi wa sallam auch, bevor er gestorben ist, er hatte mehrere Tage hinter sich gehabt mit der Krankheit. Okay. Und das ist jetzt gerade nicht das Thema darüber zu sprechen, weil er war krank gewesen sallallahu alaihi wa sallam und hat dann beauftragt, Sayyidina Abu Bakr vorzubeten. Ja. Und während Abu Bakr radiyallahu anhu vorbetet, wollte der Prophet alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam unbedingt die Sahaba radiyallahu anhu sehen beim Beten. Ich versetze mich in der Situation des Propheten alaihi wa sallam an dieser Stelle. Ich sage, weil für ihn sallallahu alaihi wa sallam ist es so wichtig, weil wenn ich jetzt sterbe und meine Ummah hält an dem Gebet fest, dann bin ich beruhigt. Was sagen die Sahaba radiyallahu anhu und das bestätigt, sage ich mal, diese Analyse. Ja, ja. Also die sagen, der Prophet alaihi wa sallam hat so von seinem Fenster geschaut und dann dachten wir uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt nach vorne kommen möchte und beten. Dann haben die angefangen, Abu Bakr drauf aufmerksam zu machen beim Gebet. Subhanallah, Subhanallah, pass mal auf jetzt, der Prophet ist gekommen. Schau mal, wie die Herzen des Sahaba radiyallahu anhu noch an dem Prophet verbunden ist. Er ist da. Er wird nicht sterben. Das bestätigt auch die Aussage von Umar. Der Prophet ist nicht gestorben, ganz frisch danach. Und dann hat der Prophet ihm so ein Zeichen gegeben, bleib. Das heißt, er wollte nur sehen, dass seine Umar betet. Und was sagen die Sahaba radiyallahu anhu? Er sagt, der Prophet hat sich so gefreut, dass sein Gesicht gestrahlt hat. Beinah, beinah hätten wir das Gebet verlassen, weil wir von dem, von der Schönheit des Gesicht des Propheten alaihi wa sallam abgelenkt waren. Ich sage heute, lieber Bruder und geehrte Schwester, wenn heute der Prophet alaihi wa sallam auf dich zuschauen würde oder dich besuchen kommen würde, würde er mit einem Lächeln rauskommen oder würde er traurig rauskommen? Ja. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, dass unser Prophet auf uns am Tage der Auferstehung stolz ist und dass wir das Thema Gebet unbedingt, wie du es auch gesagt hast, unbedingt einhalten und wir sind, ja ne, alhamdulillah und befinden uns in einer Zeit, wo wir das noch auch machen können. Wir sind noch Jungen, wir schaffen das. Ich hatte mal ein Erlebnis, ich habe einmal von meinem Vater geträumt und wenn man immer vom Vater träumt, als jemand, der seinen Vater früh verloren hat, meistens, also ich spreche von mir, auch von meinen Geschwistern, in dem Traum weinst du erstmal nur, weil du denkst, was machst du denn hier, was machst du wieder hier in der Dunja, du denkst, das ist ja echt, und dann fängst du an zu weinen und du umarmst ihn, du fühlst dich wie ein kleines Kind, du willst ihn nicht mehr loslassen, geh nicht weg und irgendwann merkst du, es ist nicht echt, aber ein Traumspann hat mich bis heute noch beeinflusst und zwar war ich mit meinem Vater und ich wusste, es sind noch die letzten Momente, er wollte auf einen Zug aufsteigen und ich werde nicht in diesen Zug erstmal einsteigen, das war mir bewusst. Er wird in einen Zug einsteigen und die letzten Momente habe ich mir gedacht, was mache ich noch in den letzten Momenten, was mache ich noch in den letzten Momenten, was habe ich gemacht, ich nehme mein Handy raus, ich mache ein Foto, als Erinnerungsfoto, er geht rein und fährt weg und dann, der Traum fängt wieder von vorne an und ich denke mir, nein, nicht wie beim ersten Mal, was mache ich jetzt? Ich gehe zu meinem Vater, ich sage ihm, Vater, Vater, was soll ich machen, was soll ich machen, sagt mir irgendeine Nasiha, was soll ich jetzt machen? Er sagte, das Gebet, das Gebet, das Gebet, das Gebet Das ist eine Sache, die hat mich auch selber geprägt, dass man so ein Erlebnis noch hatte mit dem Vater, dass er einen selber sagt, pass auf das Gebet, das ist das Allerwichtigste, die wichtigste Grundlage, das Gebet zu handeln. Allah subhanahu wa ta'ala soll mit ihm barmherzig sein und mit allen gestorbenen Muslimen barmherzig sein. Allah subhanahu wa ta'ala soll deren Reichtstufen erhöhen und ihnen das Beste geben und ihnen auch von den Paradiesbewohnern schreiben und uns auch und mit uns barmherzig sein, wenn wir auch unter der Erde landen haben. Ich freue mich, es hat mich gefreut, dass du heute mit deinem Thema vorbeigekommen bist. Ich fand es interessant, Allah und Barik, das Gespräch hat Allah und Barik, wie du es auch gesagt hast, es wird schon harmonieren. Bevor wir live gegangen sind, hast du gesagt, okay, wie wird es, aber Allah und Barik, du hast dich tapfer geschlagen, du konntest uns so ein bisschen über deine Gefühle und deine Erfahrungen berichten, das ist keine Selbstverständlichkeit, dafür danke ich dir und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich und deine Familie segnet. Barakallahu akhik, izakallah khair und ich sage mal, bis zu einem neuen Podcast mit einem neuen Gast und bis zum nächsten Mal, inshallah. Inshallah. Alhamdulillah, wir haben es geschafft, wir haben das Gespräch beendet, war ein sehr schönes Gespräch, ich wollte mich nochmal bedanken, Barakallahu akhik, ich habe mich am Anfang nicht getraut, muss man sagen, ich war sehr nervös und ja, ist doch vor Kamera und ist ja peinlich, aber nein, subhanallah, ich fand es schön, dass ich über meine Erfahrungen reden kann und inshallah, haben dir auch anderen geholfen und ich wollte euch bitten, schreibt in den Kommentaren, wie war der Tod eines Familienmitglieds für euch, was hat euch geholfen, wie waren die Momente, wie konntet ihr die gut verarbeiten und ich würde jedem empfehlen, wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr mit dem Sheikh Abu Jibril gerne reden wollt, meldet euch gerne an, er würde gerne mit euch reden. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum